Ich regts einfach auf, dass die einfach mit uns so behindert reden und so. Ich mein, däppert schreien und so. Ich kann ja auch verstehst, aber ich hab wenigstens Niveau und so. Und ich schau immer, was ich sag und was ich red, verstehst. Ich mein, ich hab Respekt halt vor ihnen. Aber die Däte verstehen nichts von Respekt, gar nichts. Sollten sie sich einmal untersuchen lassen, denn sie sind nicht ganz normal.